Alter, was is mit dem heut? Was wird denn das, bitte? Haben Sie mich ins Heer geschissen und ich rette ja nur, Schatz, bitte. Das bock ja überhaupt nicht. Sieger muss ja lachen, wenn er stinkt, gell? 80 Jahre später, genau dasselbe. Reiß die Zahn! Friess nicht so viel was über der Holz, bitte! Weiß mehr, jetzt wird's peinlich. Nur allein mit's Vater. Uff, 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 uff. Ich hab gesagt, ich spiel schlecht an Osten, ja. U, uff! Nachdem wir aber die weisen Menschen sind, schaltet sich bei uns sofort der Verstand ein. Der sagt zu uns, es muss gehen! Das ist bei anderen auch gegangen. Wir verwechseln es oft gern. Wissen, Weisheit. Klar gibt's gebildete Menschen, keine Frage, die wissen viel, die sprechen sechs Sprachen. Sechs Sprachen war teppert. Bei uns ist es so, dass lang anhaltender Stress irgendwann zum Burnout führt. Beim Neandertaler füttert er das Burnout, also das ausgehende Lagerfeuer zu Stresswärmen, die anderen gekaut haben. Da, den hol ich mir! Ha, ha, ha! Kein Echchen a Zehen g'fressen! Ha, ha, hu! Kein Vitamin Zehen! Da haben ein leichtes Spiel, ja! Das ist vollkommen wurscht! Kein Ech, wuzast kai ich ebini, ein E! Wiss der Sehen, me os, ebini, 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 me, me, me! Mie benin mi! Mie, me.